Und jetzt sind wir in Pushka, am Heiligensee und jetzt werden wir mal hier unsere Blume geschenkt bekommen. Hier unten in den Fluss legen oder in den See legen und dann können wir uns etwas Positives wünschen. So, vor den zwei Leuten muss man sich in Acht nehmen. Die versuchen einen so ein bisschen zu veräppeln. Ich meine, wir lassen uns doch nicht verarschen, oder Leute? Ich meine, das ist auch nur mal für euch zum Wissen, dass man sich da nicht verarschen lassen muss. Ehrlich, da kriegst du so eine schöne Segnung für die ganze Familie und dann geht es aber im Endeffekt nur um Geld. Das geht mir so auf die Eier. Also wenn ihr hierher kommt, ist es echt ein schöner Ort, aber... Fallt nicht rein bei diesen Leuten, die euch irgendwelche Blumen in die Hand drücken und sagen, einfach nur in den Lake reinschmeißen. Und da fängt dich dann halt dort einer ab und segnet dich und deine Familie und bestimmt dann, wie viel Geld du spenden sollst. Und wenn ihr ein Fuschka seid, dann müsst ihr unbedingt hierher kommen, weil hier gibt es die... Feste Falafel, wie wir finden. Wir sind jetzt schon das zweite Mal hier. Wir haben aber auch noch gerade probiert. Ja, wir haben zwar keine andere probiert, aber alle sagen, geh hier hin. Und dann muss das auch gut sein. Ja. 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 Musik 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 Hallo Ich glaube, die rauchen da Marihuana. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Irgendwas rauchen wir Pinter. Wir haben es nicht probiert. Und... Guck mal die ganzen Büffel im Wasser. Das hast du gar nicht gesehen. Oh, und da sind Wasserbüffel. Die Kur. Das krasseste ist, hier ist alles uralt und dreckig, aber eine nagelneue Satellitenschüssel. Willkommen im modernen Indien. Ich filme das von vorne. In HD-Qualität sogar. Ja. Das darf ja an nichts fehlen. In diesem heiligen Platz darf es auch an HD-Qualität nicht fehlen. Musik 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 So, ich mache ein Video. Oh mein Gott, ich bin so sorry an diesem Tag. Ich bin so sorry. Gesundheit. So, jetzt geht es weiter nach Udaipua. Hey, Mann. I'm done. Scam. Get your scam pass here. 10.000 only. Ihr solltet keine Blumen akzeptieren, die euch zu irgendeiner Zeremonie führen. Das hätten wir vorher lesen sollen. So schön wie Puschka auch ist. Sowas wird euch aber auch nicht entgehen. So, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Udaipua. Sieben Stunden Busfahrt. Heute, round for free. Also haben wir nur drei Euro für sieben Stunden Busfahrt bezahlt. Und das ist unser Mittagessen. Und meinst du, da ist noch Platz für uns in dem Bus? Ja. 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 Ja.